Die Bundesrepublik Deutschland Alle sind tot. Jede Zivilisation muss hinsichtlich ihrer eigenen Werte dazu in der Lage sein, Kompromisse einzugehen. Wir möchten Sie fragen, ob Sie für uns einen Auftrag ausführen. Sie müssen dafür Ihr Land verlassen und Ihre Familie. Ich kann es nicht ablehnen, das wäre unverzeihlich. Wir haben elf palästinensische Namen. Alle waren an der Planung von München beteiligt. Sie werden sie umbringen. Einen nach dem anderen. Wir deponieren Geld in einem Schließwacht, das nicht existiert. 200.000 für einen Namen. Bin ich allein? Mit vier anderen. Experten in Sachen Dokumente, Autos, Spurenbeseitigung. Er legt sich aufs Bett. Sein Gewicht macht den Sprengkörper scharf. Ich gebe Signal, indem ich das Licht ausschalte. Ist komisch, sich auch einmal so als Killer zu betrachten. Dann betrachte Dich doch als etwas anderes. Was ist denn? Sie hätte längst explodieren müssen. Wir haben drei weitere Namen für Dich. Wisst Ihr, wie viele Gesetze wir gebrochen haben? Ja, nehmt den Hörer ab und mit den Knopf. Hallo? Hallo? Das soll ein Rechtschaffeln sein. Wenn ich das nicht mehr bin, dann das ist mein Wesen. Hier ist dein Papa. Vergiss meine Stimme nicht. Glaubt Ihr, Ihr könnt davonlaufen? Vor Euren Ängsten, Euren Zweifeln.